So Bauerhaus ist auf dem Gelände des Schwingfestes in Esta Bahia. Da ist noch ganz ruhig. Da ist fast noch niemand hier. 2013 war das Schwingfest in der Nähe von meiner Ortschaft. Da war 14 Tage vorher jeden Abend Party. Aber hier geht nichts, jedes Zelt ist geschlossen. Ja, da geht der Housi mit der Anne auf Esta Bahia und wir essen dort etwas zu Abend am See, hoffentlich.